Ziemlich schwer! Es ist ein Anker. Er soll verankern. Er hängt! Sophia! Die haben den Anker blockiert! Dreckskerle! Geh zum Steg mit der Kurbel! Damit kann man die Kette bedienen! Scheißabend! Kannst du dich nicht um die kümmern? Ich seh nach. Spannende Kamera Señor! Spannende Kamera Ketten! Spannende Kamera Ketten! Spannende Kamera Ketten! Und Mahlzeit. Guter Schuss. Alles klar. Sophia scheint dich nicht zu mögen. Das ändert sich wie der Wind. Aber ich hab was bei ihr gut. Für was? Ich sollte sie töten und hab's nicht gemacht. Verstehe. Die Kette blockiert den Anker. Ja, los! Da ist ein Gegengericht mit deinem Schloss. Ich kann es zerbrechen. Arno, ich brauche Hilfe. Alles klar. Wir sind fast da. Bald zieht der Bruder nach Kuh an. Ich hoffe es. Zauberer Schuss. Lichten wir den Anker und segeln los. Er mag dich, also musst du es wissen. Hugo stirbt. Was? Sein Blut ist vergiftet. Wenn es eine Heilung gibt, dann auf der Insel. Das sollten wir ihn hinkriegen. Das werden wir. Amicia, geht es jetzt los? Hey, was hab ich gesagt? Zurück in die Kabine. Ja, Käpt'n. Also dann zurück zum Anker. Na, geschafft! Ja, der Anker ist oben. Sehr gut! Und jetzt hisst das Großsegel! Aufs Oberdeck! Ei, ei, Käpt'n! Ei, ei, Käpt'n! Ab nach oben! Gleich geschafft! Ich gehe nach Buckbrot. Äh, na gut. Ich zur anderen Seite. Auf deinen Signal! So, jetzt! So, jetzt! Ja, wir schaffen es! Wir kommen hier weg! Was? Das Segel rollt sich bei mir nicht ab! Sollte es aber! Sophia, komm! Was jetzt? Was jetzt? Mist! Die haben mein Segel zusammengebunden? Dann wenden wir's los! Wir haben keine Zeit, da hochzuklettern! Ich könnte es durchtrennen! Ja! Geh zum Steg auf Steuerbord! Von da aus kommst du besser dran! Aber lass das Segel heilen! Los! Nichts! Mach dich bereit! Wir segeln nach Lacuna! Lacuna! Wir fahren nach Lacuna! Ja! Ja! Alles! Ja! 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 Ich bin Dad. Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach Laguna! Das Meer ist so ruhig, schlafen hat so gut getan. Das Mittelmeer, Laguna müsste hier irgendwo sein. Hier oder vielleicht da? Räucherwerk, das riecht so gut! Ketten, Ringe? Sophie heißt ja mächtig elegant! Kräuter und Salben! Ügo haben sie geholfen. Ich hoffe, er fühlt sich besser. Hübsches Bett! Unser Kapitän hat guten Geschmack! Er hat das Feuer also überlebt? Ja, er hält mehr aus als das. Er hat Spanien und das Burgund überlebt. Ebenso Guyen, wenn auch nur knapp. Dort hat er versagt? Ja. Das einzige Mal, dass er nicht geschützt hat. Dich? Nein, jemanden unter dem gleichen Wappen wie ich. Oh, verstehe. Eine Erinnerung zum Vergessen. Manche Erinnerungen bleiben für immer, Mädchen. Ich weiß, was du meinst. Hey, ihr zwei! Das Segel zieht nach Backbord! Helft mir mal! Sie am Seil auf der anderen Seite. Ich lass meins ein bisschen locker. Verstanden! Geht klar! Das ist so toll! Bei mir ist alles gut. Arno? Bei mir auch! Gut gemacht! Sie hat hier unten wirklich tolle Schätze. Bücher, die sind selten. Oh ja, die gehört Arno. Ich hab sein Schnarchen sogar noch im Sturm gehört. Tiere? Vielleicht aus Afrika? Ugo scheint damit gespielt zu haben. Hoffentlich hat er nichts kaputt gemacht. Hey! Es muss toll sein, ein Boot zu steuern. Man kann alle Sorgen vergessen. Komm schon, steuer du! Oh! Los! Du wirst schon nirgendwo gegensegeln. Oh! 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 Und? Unbeschreiblich! Der Ruf der See. Die Freiheit. Dankeschön. Für all das hier. Danke, Arno. Ich bin eigentlich nicht nett. Oh. Er ist unmöglich, ich weiß. Es gibt Gründe dafür, Wunden. Soll ihn nicht entschuldigen, aber... Amicia! Amicia! Oh. Die Pflicht ruft. Verzeihung. Kein Problem. Danke. Amicia, komm! Guck doch! Da ist was, oder? Das ist sie! Lacuna! Es ist genau wie in meinen Träumen. Dankeschön. Was dort auch ist. Wir werden es finden, ja? Inselabenteurer. Ja! Weißt du, sollte ich sterben, macht das nichts. Was? Wovon redest du bitte? Der Magister Vaudon sagte mir, ich würde sterben. Nein, Hugo, vergiss das ganz schnell. Das wird nicht passieren. Bist du traurig? Ich freue mich, hier zu sein. Das Boot ist der Wahnsinn und... Ich mag Sophia. Und Arno, den du nicht leiden kannst. Entschuldigt. Ich störe nicht gern, doch... Wir bereiten uns vor, um an Land zu gehen. Ihr könnt helfen. Also, kommt einfach, wenn ihr so weit seid. Ja, klar. Ich freue mich, hier bei dir zu sein. 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 Werd ihr so weit, dann kommt. Ich zuerst. Ich bleibe. Ich repariere eine Kleinigkeit und komme nach. Gut. Wir sehen uns um, solange es noch hell ist und finden einen Unterschlupf. Klingt gut. Übrigens, hier gilt das Gesetz des Grafen. Seid nett. Ja? Sind wir. Willkommen auf Lakuna. Dies ist für dich, mein Kind. Deine Anwesenheit ehrt uns sehr. Danke. Wir haben wohl einen neuen König. Guter König Yugo. Ganz genau. Du musst wissen, dass in den hellen Tagen alle Kinder Könige sind. Wie der Sohn der Glutasche, der fürsorglich über unsere Insel wacht. Deine Anwesenheit ist ein Segen. Du bist die Zukunft. Genau wie er. Denn er wird uns nämlich alle von der Dunkelheit erlösen. Bitte genießt die Festlichkeiten. Danke. Auf Wiedersehen. Also, so kann's weitergehen, oder? Was die Kirche wohl dazu sagen würde. Sie sind wohl erfolgreich. Betet für unseren Erfolg. Nun kommt, Eure Majestät. Wie in meinem Traum, Amicia. Das ist der schönste Ort, den ich je gesehen hab. Ja, ist sehr hübsch hier. Aber jetzt müssen wir finden, was dich hierher gerufen hat. Willkommen. Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin. Los. Ja. Müssen wir noch mehr ausladen? Später. Ich bin erledigt. Ich auch. Diesmal ist so viel los. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, na ja, ich würde gerne helfen. Aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, äh, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Ugo. Ja. In meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein. Aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los. 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 Oh, das ist toll. So viele Farben. Und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja. Ich frage mal. Oh, dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Ha, ich glaube, wir haben diesmal doppelt so viele Stände. Gestaunt meine Blumen. Perfekt für die Festlichkeiten. Saftiger Schweinebraten. Wer hat Appetit? Helle Stoffe. Perfektes Gewand für die hellen Tage. Olivenöl, Kräuter. Alles für den perfekt gedeckten Tisch. Was ist da drüben? Segen. Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Na los. Hab keine Angst. Wie heißt sie denn? Lucinda. Du bist ja nicht Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? Da, das war ich. Liebe dich auf ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Das nennt man meckern. So reden sie. Sie ist eine Ziege. Das machen die nun mal. Ist aber nicht nett. Du hast dich erschreckt. Mehr nicht. Gehen wir. Danke mein Herr. Gerne doch. Wiedersehen. Sie hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ich freue mich schon, dein Kampf meckern zu hören. Nächstes Mal. Wusstest du, dass Ziegen keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Ja. Ja, 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 ja. Fische, großer Fisch, direkt aus dem Boden. Können wir bald durch? Das dauert so lang. Immer mit der Ruhe. Erst muss der Weg frei sein. Die bringen gerade Waren zum Platz. Ich will endlich den Rest sehen. Ich auch. Es wird Jahr für Jahr immer besser. Es geht also weiter. Das Dorf zieht sich bis ganz nach oben. Das sehen wir uns alles an. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich. Ganz in der Nähe. Hm. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt. Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia. Können wir auch da hin? Klar. Klingt nett. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachen, Mann. Den würde ich auch gerne sehen. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Gesang! Sie sind da. Die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön. Aufgepasst. Bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios. Ob Sie das übertreffen können? Na ja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist der beste Teil. Wer ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert. Die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott. Ein Heidengott. Ein Friedlicher. Ja. Ja. Oh, Tänzer, Amicia, Tänzer. Das seh ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Seh ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stell ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sei die Mutter. Sie sind hier. Hallo. Oh, Anna. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so preiset den Sohn. Warte, ich segne auf die Tänzer. Gut, ihr seid alle gesegnet. Oh, yeah. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist ne Wucht, Kleiner. Folg mir der Parade. Klar. Stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Sie sind da. Ich finde segnen toll. Tja, warum wohl? Gesegnet sei die Mutter. Gesegnet sei die Mutter. Die Mutter wird gleich schreien. Gesegnet sei die Mutter. Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emily, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, der dieses heilige Land vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten. Nein, halt! Was tust du da? Oh, weil es der Graf ist, Amesia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Arno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Arno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Schnack sie! Das Mädchen und das Mädchen! Lauf! Aber Arno! Zur Hölle mit ihm! Gottverdammt! Geht's hier los! Halt! Schnell! Nein, nein! Hey, hier lang! Hier lang! Ich hätt's kommen sehen müssen! Deshalb kann man anderen nicht trauen, Ugo! Nichts bleibt für uns gut! Alles wird immer schlecht! Immer! Warum? Wir gehen zurück! Es ist zu spät! Nein! Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern! Wie? So wie wir es immer tun! Wir kämpfen! Wir halten Arno auf, bevor Schlimmeres geschieht! Wir retten deinen Traum! Wir müssen zurück! Und zwar möglichst diskret! Und wenn Arno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter! Denk dran! Wir schaffen das? Zur Hölle ja! Wir sind in einem Stall! Hier muss doch was sein! Mal sehen, was sich machen lässt! Versperrt! Pass bloß auf! Ich weiß! Keine Angst! Ich öffne jetzt die Tür! Geh einen Schritt zurück! Hier! Schieb den Karren zurecht! Rüber mit dir! Na los! Warum hat Arno den Grafen eigentlich angegriffen? Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputtgemacht hat! Kletter hoch! Komm! Hoch mit dir! Ja. Gut, jetzt Vorsicht. Mal sehen, was da drin ist. Schnell, der Graf wird angegriffen. Geh, ich halte Ausschau nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Hab ich euch. Nein, nein, beeil dich. Runter. Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist zu gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Ich weiß, wo ihr seid. Ihr entkomt mir nicht. Da! Der Vogel ist böse. Aber dumm. Bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Schnell! Los jetzt, Entdeckung! Ach, da, Angriff! Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dabei. Oh, das ist so schnell. Irgendwann macht ihr einen Fehler. Mit Sicherheit. Da! Das darf nicht der Vogel aus meinem Raum sein. Ist er nicht. Wir finden deinen Vogel. Nimm! Da! Angriff! Ich weiß, dass ihr hier seid. Auf sieh! Rüber mit dir. Komm schon! Los! Ja! Ah, Mistvieh! Warum hört er nicht auf? Das war knapp, aber geschafft. Der Vogel war schlimm. Und wo ist Hannover Flucht? Hör mal. Das sind Schwerter. Ja. Ja, schnell! Sie sind hier. Der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's bauen! Ich mach dich kalt, wie deine Männer. Was sollen wir tun? Die Schuld trägst du selbst. Das ist seine Armee? Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Lektor! Halt! Emily? Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch Herr war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Lieben, würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt. Kommt rein. Sie warten auf uns, Amicia. Ja, gehen wir zurück. Es ist unglaublich hier. Du wirst später reichlich Zeit zum Spazierengehen haben. Ja, wir kommen. Tut mir leid. Wow, so groß. Ja, und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Laguna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Und? Lecker! Haha, ein bon vivant. Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und, wo kommt ihr her? Garen, wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Agnes, richte bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Sie ist ihre Mama? Nein. Nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja. Sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Ähm, Ugo. Victor, nicht so militärisch. Haha. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Ugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden. Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester. Oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich. Komm, Ugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage. In der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott. Zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Amicia, auf dem Stein. Das ist mein Vogel. Moment. Wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Ugo? Ich bete zum Vogel. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht. Auf das er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Ähm, Verzeihung, Mutter? Dürften wir für Vater beten? Ugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Ugo, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh. Ja. Ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und... Ich weiß es einfach. Gut. Sehr gut. Gehen wir wieder zu Ihnen. Und erzähl hier niemandem was davon. Ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Ich weiß. Ist alles für morgen bereit? Ja. Die neuen Roben sind herrlich. Es wird perfekt. Verzeihung? Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Bitte sehr. Das können wir nicht annehmen. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Ugo. Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber... Du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lakuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Meine Gräfin. Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja. 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 diese kleider sind so bequem ja hey komm her du schlafmütze ach komm schon das ist die sonne sie doch es lohnt sich das ist wie ein traum ja genau wie in meinem traum wie wärs essen wir was und ziehen dann los auf geht's es ist wunderschön können wir was spielen hey wir wollen herausfinden warum du von dem ort träumst oder ja lass uns gehen was Was wrong? Those last months on the road, after all that happened in Guyen, Hugo was always worried that it would start all over again. But everything was so nice and quiet and so I told him that maybe it was over. Come on, come. Hugo, he doesn't deserve this. I'm sorry, Amicia. His mind is... I'm sorry. I'm sorry, Amicia. Vielen Dank.